So, live am Trellebocksee. Wir machen mal kurz Bilanz. Mal gucken, wie das ausschaut. Gucken mal, nach was die Angler so hier machen und fangen. Oh ja, hier sitzen auch schöne Aale drin. Mal hier mal ein bisschen rüberschwenken. Und wie schaut es sonst aus mit dem Fängen? Setzt Kescher auch schon was drin? Oh ja, da gucken wir uns auch bald nochmal 20. Das ist doch klasse. Ja, und man sieht, es geht weiter. Trinne Boxi läuft. Ja, dann weiterhin Petri. Und fangen wir es.